Hallo, ich bin Dr. Ken Brantley, Chairman des Nutrition Advisory Board und Vice President Medical Affairs und Nutrition Education bei Herbalife Nutrition. Mehr als je zuvor müssen wir bewusst auf unsere Ernährung achten, darauf, was unser Körper tatsächlich braucht, speziell unser Immunsystem. Es ist großartig, ein Teil eines Unternehmens zu sein, welches wissenschaftlich basiert arbeitet und nun bereits 40 Jahre am Markt ist. Wir vertreiben Produkte durch unsere wundervollen selbstständigen Mitglieder und bieten ihnen dabei Schulungen und eine Community. Ich möchte mit euch nun einige Informationen teilen, die die Einzigartigkeit in unserer Tätigkeit bei Herbalife Nutrition zeigt. Erstens, unsere Produkte sind wissenschaftlich basiert. Mit mehr als 300 Wissenschaftlern achten wir genau auf die Produkte teils, von der einzelnen Zutat bis hin zur Auslieferung, um höchste Qualität zu gewährleisten. Völlig ohne Schadstoffe und angereichert mit den Nährstoffen, die unserem Bedürfnis am meisten entsprechen. Zweitens sind wir weltweiter Marktführer im Bereich Mahlzeitenersatz und Ergänzungen mit Protein. Um euch mehr über unsere einzigartigen Produkte und erstklassigen Prozesse zu erzählen, gebe ich weiter an Dr. Luigi Gratton. Ich bin Dr. Luigi Gratton, Vice President of Training bei Herbalife Nutrition. Es wird immer wichtiger, auf unsere Gesundheit zu achten. Wir bei Herbalife Nutrition unterstützen deine Ernährungsbedürfnisse vom wissenschaftlichen Level über unsere Saat bis zum Verzehr, von der Qualitätskontrolle bis zur eigentlichen Produktkonsumation. Wir verbinden molekulare Wissenschaft mit deinen Ernährungsbedürfnissen. Das Ergebnis ist die Herbalife Nutrition Ernährungsphilosophie. Sie hilft dir, deinen Körper mit den richtigen Mengen an Makro-, Mikro- und Phytonährstoffen zu versorgen. Protein etwa ist ein Makronährstoff, der zu vielen Funktionen im Körper beiträgt, etwa bei der Zunahme von Muskelmasse. Wir bieten viele proteinreiche Produkte, wie beispielsweise unsere Formula One Shakes und Personals Protein Powder. Mikronährstoffe sind Vitamine und Mineralstoffe, die dein Körper braucht. Vitamin- und Mineralkomplex hilft dir dabei, deine optimale Ernährung sicherzustellen. Gute Fette sind wichtig für ein gesundes Herz. Ballaststoffe spielen eine wesentliche Rolle bei der normalen Verdauung. Phyton-Nährstoffe sind von Pflanzen produzierte Stoffe und können sich merkbar positiv auf uns auswirken. Wasser trägt zur Erhaltung einer normalen Regulierung der Körpertemperatur sowie körperlicher und kognitiver Funktionen bei. Unser Instant-Teegetränk- und Aloe Vera-Getränkekonzentrat helfen dir dabei, deinen Körper mit Flüssigkeit zu versorgen. Mach den ersten Schritt und rege deinen Körper und Geist an. Herbalife Nutrition liefert dir die Ernährung, die dein Körper braucht. Vielen Dank, Dr. Luigi. Ihr seht also, ein starkes, gesundes Immunsystem wird durch einen gesunden, aktiven Lebensstil in Verbindung mit optimaler Ernährung und den einzelnen Bausteinen in unserer Herbalife Nutrition Ernährungsphilosophie bestimmt. Diese Fakten sind zugänglich zu all unseren fantastischen, selbstständigen Mitgliedern weltweit.